Neues Fit, neues Glück. Diesmal über den elektrischen Strom, genauer über seine Wirkung. Wir zeigen dir jetzt genau drei Wirkungen, nämlich Wärme, Leuchten und die chemische Wirkung. Die magnetische Wirkung hat uns so doll angezogen, die bekommt sogar ihr eigenes Video. Elektrischer Strom. Elektrischen Strom nutzt du in deinem Alltag immer und überall. Ohne geht quasi nix mehr. Kein Laptop, kein Handy, kein YouTube, kein Licht, keine Musik. Tote Hose also. Ich für meinen Teil bin ja ein wahnsinniger Teeliebhaber. Was für ein Zufall, dass hier also ein Wasserkocher, ein Teebeutel und eine Teetasse stehen. Okay, ich würde mir jetzt wahnsinnig gerne einen Tee machen. Warum geht denn das nicht? Strom ist aus. Wie? Strom ist aus. Die Kamera läuft doch. Die hat nen Akku. Holter die Polter, fehlen dir die Wolter, dann bloß nicht vertagen. Mister Strom fragen. Was hat zwei Daumen und kann so ziemlich alles? Ich, Mister Strom. Mit mir kommt Schwung in die Bude. Fernseher, Toaster, Heizdecke, Kronleuchter. Kein Problem. Ich kann alles. Äh, Simon? Ich bin nicht Simon. Ich bin Mister Strom. Dein Ernst? Holter die Polter, fehlen dir die Wolter. Ich spar dir die Show. Wir haben keinen Strom. Kannst du das übernehmen? Ja, klar. Ich kann alles. Nur ein Klick, dann ist doch ein Klacks. Und schon fließt der Strom. Und mit meinem Röntgenblick kann ich auch direkt das Kabel scannen. Das ganze Kabel ist voller Atome. Denn alles besteht aus Atomen. Zoomen wir noch was näher an die Atome heran, dann sehen wir die Atome genauer. Gehen die Atome, zum Beispiel die Kupferatome in unserem Kabel, eine metallische Bindung ein, so gibt jedes Atom im Mittel ein Elektron, hier blau gezeichnet, ab. Diese freien Elektronen können sich zwischen den feststehenden positiven Atomrümpfen, hier rot gezeichnet, bewegen. Insgesamt ist der Leiter elektrisch neutral. So richtig frei können die sich aber erst bewegen, wenn wir eine Spannungsquelle an das Kabel anlegen. Denn bevor wir eine Spannung haben, wackeln die Atomrümpfe und die Elektronen ganz smooth aus der Stelle hin und her. Aber wenn wir den Schalter umlegen, damit der Leiter unter Spannung steht, dann ist das ganze Kabel total elektrisiert und die freien Elektronen können los und driften gemächlich vom Minuspol zum Pluspol. Das geht aber nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Also daher, schalte ein, dann ist der Strom dein. Simon total unter Strom. Immer wieder was Neues. Wenigstens kriege ich jetzt meinen Tee. Zurück zu den verschiedenen Wirkungen des elektrischen Stroms. Da gibt es vier verschiedene. Eine halte ich hier in meiner Hand. Denn der Strom hat eine Heizspirale im Wasserkocher erhitzt, die dann das Wasser für diesen unglaublich leckeren Tee heiß gemacht hat. Diese Wirkung, dass Strom den Körper, durch den er fließt, aufheizt, nennt man Wärmewirkung. Wenn es dunkel wird und du aber gerne etwas lesen möchtest, dann brauchst du Licht. Und schon kommen wir zur zweiten Wirkung. Das ist die Leuchtwirkung. Strom kann Dinge zum Leuchten bringen. Und wenn du Wasser in seine Einzelteile zerlegen willst, dann kommen wir schon zur dritten Wirkung, nämlich der chemischen Wirkung. Mit Strom kann man nämlich Chemie machen und manche Stoffe verändern. Zum Beispiel kann man Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Das nennt man Elektrolyse. Und es gibt noch eine vierte Wirkung. Ein Strom, der durch einen Leiter fließt, erzeugt nämlich auch ein Magnetfeld. Und mit dieser magnetischen Wirkung kann man allerhand anstellen. Die nutzt man beispielsweise im Elektromotor. Und den kennst du vielleicht von den Propellern einer Drohne. Die können sich nur deshalb drehen, weil da ein Elektromotor drin ist und damit die magnetische Wirkung des Stroms ihr Unwesen treibt. Die magnetische Wirkung ist so umfangreich, dass es dazu ein eigenes Video gibt. Und das findest du hier. Wir nehmen jetzt erstmal diese drei Wirkungen genauer unter die Lupe. Das Brot springt hoch, das Brot springt weit. Oder so. Die Wärmewirkung, die kennst du nicht nur vom Wasserkocher, sondern auch vom Toaster. Im Toaster sind auf jeder Seite unserer weichen Brotscheibe ein paar dünne Drähte. Schalte ich den Toaster ein, dann fließt Strom durch diese Drähte. Dadurch werden die Drähte immer heißer. Ab einer Temperatur von etwa 800 Grad Celsius beginnen die Drähte rot zu glühen. Das Brot in der Mitte wird dadurch quasi gebraten oder gebacken. Oder eben getoastet. Genauso ist es auch bei einer Herdplatte oder beim Heizstab in einer Waschmaschine. Selbst wenn du dein Handy auflädst, kannst du fühlen, dass es warm wird. Auch die ganzen Kabel hier in unserem Studio werden warm, sobald die Lampen an sind. Nur kann man das nicht mit dem bloßen Auge sehen. Mit einer Wärmebildkamera allerdings schon. Die zeigt uns die Wärmewirkung des Stroms. Hier siehst du ganz klar, dass auch die Kabel sich erhitzen, sobald ordentlich Strom dadurch fließt. Wärmebildkamera? Pah! Da ich nicht lache. Ich sehe das direkt mit meinem Laserblick. Der sieht sogar die Ursache. Nämlich die freien Elektronen in den Metallleitern. Rote Atomrümpfe und blaue freie Elektronen zittern auf der Stelle. Ohne Strom geht hier nichts ohne. Aber jetzt, sobald der Strom fließt, driften die Elektronen durch das Metall. Natürlich nicht geordnet, sondern wild und frei und so. Die driften derart chaotisch, dass sie manchmal gegen einen Atomrumpf crashen. Dadurch zittert der Atomrumpf noch mehr. Und noch mehr. Alles bouncet immer mehr. Und dieses verstärkte Dancen der Atomrümpfe und Elektronen nehmen wir als Zunahme der Temperatur wahr. Wenn der Strom mehr wird und mehr, dann wird aber auch alles heißer und es bouncet noch viel wilder umher. Yeah! Jetzt ist Schluss! Die Party ist vorbei. So ein Mist. Jetzt müsste man von irgendwo mal ein bisschen Licht herbekommen. Bevor die Elektrizität entdeckt wurde, musste man für Licht immer etwas anzünden. So wie diese Kerze hier oder eben diese Öllampe. Doch mit der Geburtsstunde des Stroms... War ich nicht ein mega-sweetes Baby? ...ging einem amerikanischen Erfinder namens Thomas Edison ein Licht auf. Wir schreiben das 19. Jahrhundert. Im faden Kerzenschein schaut sich Thomas Edison total fasziniert von dieser neuen Elektrizität einen glühenden Draht an. Und schwupps kommt ihm die Idee. Warum macht man nicht einfach einen Draht in eine Glaskugel und so eine Art elektrische Öllampe? Und mit seiner Erfindung versetzt er 1879 die Welt in Staunen. Pah! So ein Humbug! Der gute Edison war weder der Einzige, der damals auf die Idee kam, und auch nicht der Erste. Er war halt derjenige, der ein vernünftiges Patent angemeldet hat und einen riesen Reibach mit seiner Glühlampe geschäffelt hat. Verkohlte Bambusfaser als Leiter, der heiß wird und glüht in der Mitte, eine Glaskuppel drumherum und hier oben durch den Strohhalm wird der Sauerstoff aus der Glaskugel entfernt. Denn ganz wichtig, ohne Sauerstoff verbrennt die Bambusfaser nicht weiter. Wie auch immer, Edison hat es im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen erfolgreich geschafft, den glühenden Draht dauerhaft zum Leuchten zu bringen. Der wurde zwar immer noch tierisch heiß, bis zu 2500 Grad Celsius, aber hat auch Licht ins Dunkel gebracht. Denn eine Glühbirne brennt immerhin bis zu 2000 Stunden lang. Mittlerweile gibt es viel effizientere Lampen. Zum Beispiel die Halogenlampe. Die kann noch viel heißer werden als eine Glühbirne. Aber auch bei der Halogenlampe wird noch ein großer Teil der zugeführten Energie nicht in Licht, sondern in Wärme umgewandelt. Besser funktioniert das bei der Leuchtstoffröhre. Die kennst du bestimmt aus deinem Klassenraum. Die funktioniert allerdings etwas komplexer. Kurz und knapp, hier werden Quecksilberatome zum Leuchten angeregt. Im Vergleich zur Glühlampe wird hier viel mehr Energie in Licht und nicht in Wärme umgewandelt. Richtig effizient sind dagegen moderne LEDs. Das sind lichtemittierende Dioden. Die kleinen Dinger brauchen nur super wenig Strom und leuchten bis zu 25.000 Stunden lang. Hier wird Licht durch Halbleiterkristalle erzeugt. Daher die hohe Effizienz. Mit Hilfe von elektrischem Strom können auch einige Stoffe zersetzt oder in andere Stoffe umgesetzt werden. Das ist dann die chemische Wirkung von Strom. Das nennt man auch Elektrolyse. Zum Beispiel kann man mit so einem Ding, dem Hoffmannschen Wasserzersetzungsapparat, ganz normales Wasser in seine Bestandteile zerlegen. Das Wasser, also H2O, wird durch den elektrischen Strom an beiden Elektroden in die Gase Sauerstoff, O2, und Wasserstoff, H2, zerlegt. An der positiv geladenen Anode bildet sich der Sauerstoff und an der negativ geladenen Kathode der Wasserstoff. Die Gasblasen blubbern dann nach oben und das Gas kann so gesammelt werden. Und das könnte noch ziemlich interessant werden. Den Wasserstoff kann man nämlich auch super als Energiespeicher verwenden. Eine Brennstoffzelle kann daraus dann so viel Power ziehen, dass man damit sogar Autos oder Flugzeuge antreiben kann. Und wenn man den Wasserstoff durch eine Elektrolyse mit erneuerbaren Energien gewinnt, ist das dann sogar ein recht sauberer Treibstoff. Fun Fact! Das ist überhaupt keine neue Idee. Der gute Jules Verne hat es schon 1875 in seinem Buch Die geheimnisvolle Insel vorhergesagt. Ich bin davon überzeugt, meine Freunde, dass das Wasser dereins als Brennstoffverwendung findet, dass Wasserstoff und Sauerstoff die Bestandteile desselben zur unerschöpflichen und bezüglich ihrer Intensität ungerahnten Quelle der Wärme und des Lichtes werden. Wie überaus angenehm, dass wir auf unserem Planeten Wasser in Hülle und Fülle haben. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst in die Welt der Elektrolyse, dann schau doch einfach bei unseren Kollegen von Leifi Chemie vorbei. Das ist alles andere als Elektrolyte, sondern fast schon Dynamite. Boah Simon, ich bin total froh. Wieso? Von deiner komischen Nummer erlöst mich jetzt ein Total elektrisierender Spitzende! Peace out, yeah! 업 Gong. Euer Christian. Vielen Dank.